Stefan Kostadino-Waldobru, bulgarisch, ist ein bulgarischer Schauspieler, Musiker und Produzent, der sein Durchbruch mit dem Lied O.O.B.C.M.T.E.M.I.L.A. 1994 erlangte. Er ist verheiratet und hat eine Tochter, Leben. Stefan-Waldobru beendete in seiner Heimatstadt Starazagora das Fremdsprachen-Gymnasium Romain-Roland 1989, worauf er nach Sofia ging. Dort gründete er mit Meladen-Bobur und Plamenchanju die Musikgruppe Aleja Alja. In Sofia beendete er 1993 die staatliche Film- und Kunsthochschule. Im selben Jahr nahm er an der TV-Produktion KUKU teil, in der mit seinem ersten professionellen Lied sein Debüt feierte. 2000 nahm er unter anderem mit Arabel Karajan den Soundtrack zum Film, wofür er den ersten Preis, die Goldene Rose vom Filmfestival fürs bulgarisches Kino in Varna, verliehen bekam. 2004 erhielt er den Preis für die beste männliche Rolle im Film. 2007 absolvierte er ein Studium der Kinematografie an der tschechischen Film- und Fernsehfakultät der Akademie der musischen Künste in Prag. Diskografie Ost Opus Theatrale Opus Theatrale 2 Filmografie OOD Live Die Welt ist groß und Rettung lauert überall, Auszeichnungen 1993 die Schauspieler Auszeichnungen Eskir für seine Debüt-Performance im Theaterstück Schwarzes Loch 1998 MM-Television Music Award Bester Musikalbum 1999 MM-Television Music Award Bester männlicher Künstler des Jahres 2000 die Goldene Rose vom Filmfestival fürs bulgarisches Kino in Varna für bestes Filmdebüt und den Soundtrack zum Filmhundepension 2004 die Goldene Rose für die beste menschliche in 2005 Icarus für originelle Musik in Figures in La Flight 2008 2013 Jahrhundert Das ist eine Tierra als 2020 Schulbüchle 2020